So, guten Tag! In diesem Video möchte ich dir das Projekt WhatsApp vorstellen. Mit WhatsApp ist es möglich, ohne jegliche Kosten auf monatlicher Basis Geld zu bekommen. Für nur etwas Arbeit, die du später nie wieder machen musst. Trotzdem erhältst du weiterhin Monat für Monat deine Auszahlung. Wie das möglich ist, das möchte ich dir in den folgenden paar Minuten erklären. Ja, ich möchte dir das Projekt WhatsApp vorstellen. WhatsApp, the power of Wii, die Kraft des Wirs, ist ein neues Projekt, was seit ein paar Monaten nicht mehr online verfügbar ist. Und ja, in dieser Präsentation möchte ich dir einfach vorstellen, was das Ganze ist, wie das funktioniert und wie du damit Geld verdienen kannst. Wir fangen einfach mal an. Ja, das ist eine Präsentation von mir, Franz Wegner. Falls ihr mehr über mich wissen wollt, könnt ihr einfach auf franzwegner.de vorbeischauen oder auf abschreiben.net, dem Hausaufgabenabschreibportal für alle Schüler unter euch. Aber das soll jetzt erstmal nichts zur Sache tun. Worüber werde ich reden in dieser Präsentation? Ich werde als erstes darauf eingehen, was WhatsApp überhaupt ist. Dann, wie funktioniert WhatsApp? Dann, wie verdiene ich Geld mit WhatsApp? Dann werde ich euch ein Ref-Form-Beispiel liefern, was das alles ist und so weiter. Gleich dazu mehr. Dann, wie werbe ich User? Ein Einkommensbeispiel und warum sollte ich WhatsApp nutzen? Wir fangen dann einfach mal an. Was ist WhatsApp? Ja, WhatsApp ist als erstes kostenlos. Es ist kostenlos und wird auch immer kostenlos bleiben. Du wirst nirgendwo gezwungen, irgendwo Zahlungsdaten einzugeben, wie Kontodaten oder Paypal-Daten oder sonstiges. Du wirst nirgendwo gezwungen. Ja, WhatsApp wird später mal eine Suchmaschine sein, in Form von Google oder Yahoo oder was auch immer oder Bing. Und es wird halt eine anpassbare Startseite geben und ganz viele andere Sachen. Das steht alles noch außer Frage. Auf jeden Fall wollen die, ist deren Ziel, die perfekte Startseite zu liefern für jeden einzelnen Nutzer. Okay? Die wollen das perfekte Internet, so haben sie es auf ihrer deutschen Faktenseite genannt, das perfekte Internet für jeden einzelnen User liefern. Also es wird da Gratis-Deals geben, also wie nennt man das, Empfehlungen, es wird da Spiele geben, ein Entertainment-Bereich und sowas alles. Auf jeden Fall für jeden User individuell anpassbar. Ja, und wie wir Geld verdienen werden, ist ganz einfach und zwar, WhatsApp belohnt die ersten User, die mithelfen, eine Community aufzubauen. Weil im Moment hat die Website noch nichts. Man kann halt bloß Leute werben und mithelfen, registrierte Leute zu bringen. Und es, also bis zu einem bestimmten Punkt, das ist der 9. April 2012, können Leute helfen, die Community aufzubauen. Und nur diese Leute, die bis zum 9. April mitgeholfen haben, eine Community aufzubauen, bekommen auch später Geld. Das heißt, ihr müsst schnell sein. Ja, wie funktioniert WhatsApp? Es ist ganz einfach. Monatlich, jährlich, täglich verdient Google eine Unmenge an Geld alleine durch Werbung. Und das will WhatsApp auch machen. Die wollen halt eine große Website aufbauen und 50% ihrer Verdienste werden an die User verteilt, die mitgeholfen haben, die Website aufzubauen. Die anderen 50% halt an die Leute, die das Projekt überhaupt ermöglicht haben, ist ja klar. Verdienste ist zum Beispiel durch Werbung und durch ein paar andere eigene Sachen, wie sie Geld verdienen. Das steht auf der Website noch nicht so genau, aber wir werden das ja später sehen. Ja, nur User, die sich vor dem 9. April 2012 registriert haben, können Geld verdienen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, schnell sein, wie gesagt. Was es bietet, und zwar, es bietet ein Ref-System über 5 Ebenen. Was ein Ref ist, ist ganz einfach, wenn du jemanden geworben hast und dieser meldet sich dann an, also du hast jemanden deinen persönlichen Ref-Link geschickt, dieser meldet sich über diesen Link an, ist dieser dein Ref. Und was die Ebenen sind, werde ich euch gleich auch noch erklären. Ja, jeder entscheidet selber über sein Einkommen durch den sogenannten Einkommensfaktor. Einkommensfaktor. Die Website betitelt als Dollar-Faktor. Alles klar? So, wie verdiene ich Geld mit WhatsApp? Es ist ganz einfach. Leute registrieren sich unter deinem Ref-Link. Und pro Anmeldung erhöht sich dein Dollar-Faktor um plus 1. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet, steigert sich dieser Faktor. Und das Gute ist, es ist nicht nur in dieser Ebene so, sondern, also die Leute, die du direkt geworben hast, ist die erste Ebene. Sagen wir jetzt, du hast jetzt deinen Freund Thomas geworben. Das ist die erste Ebene. Dein Freund Thomas wird zwei andere Freunde. Und zwar, ja, nennen wir uns jetzt, denken wir uns jetzt mal ein paar Namen aus. Ähm, 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 Erik und Carsten. Keine Ahnung. Das ist dann die zweite Ebene. Und so streckt sich das weiter. Und für jeden dieser Leute bekommt ihr einen X, also erhöht sich euer Dollar-Faktor, ähm, um plus 1. So, dein Verdienst vergibt sich folgendermaßen. 50% der Einnahmen von WhatsApp geteilt durch den X, wieso will ich immer X-Faktor sagen? Na, Gott. Den Dollar-Faktor aller User mal dein Dollar-Faktor. Ja, das ist dein Verdienst. So, die Auszahlung erfolgt monatlich. Dann, also, es steht da bloß, bei großen Beträgen wird es via Scheck und Banküberweisung gemacht. Und, ähm, kleinere Beträge über Internetbezahldienste wie PayPal, Moneybookers oder so, das steht ja auch noch nicht so genau. Und das Gute ist, die erste Auszahlung ist am 15.05.2012. Das heißt, ähm, sollte das Ganze Betrug sein oder so, dann würden wir es alle merken, weil wir wissen, am 15.05. Ähm, bekommen, äh, bekommen alle ihr Geld und falls es keiner bekommt, dann wird die Webseite keiner mehr nutzen und die haben sich selbst ein Eigentor geschossen. So, hier haben wir ein Beispiel und zwar ein Ref-Baum-Beispiel. Das habe ich mal so ganz billig mit Photoshop gemacht und zwar sehen wir da oben, das bist du. Hier, das bist du. So, und du hast jetzt, weiß ich nicht, fünf Leute hast du hier geworben. Das ist die erste Ebene. Und jeder dieser Leute wirbt nochmal zwei, diese anderen, äh, wirbt nochmal zwei Leute. Das ist die zweite Ebene. Und diese werben wieder Leute. Und ich war jetzt so faul, das hier weiterzumachen. Diese werben wieder Leute und diese wieder. Bis zur fünften Ebene bekommt ihr für jeden User, also für jeden kleinen Punkt, den ihr seht, einen, äh, Punkt für euren Dollar-Faktor. Ja. So, wie werbe ich User? Das ist ganz einfach. Ihr bekommt einfach einen persönlichen Ref-Link. Ihr bekommt ganz einfach. Ihr bekommt einen persönlichen Ref-Link, wenn ihr euch angemeldet habt. Diesen verschickt ihr einfach an sämtliche Leute. Und die melden sich an und euer Dollar-Faktor erhöht sich. Ja, ihr könnt dazu soziale Netzwerke nutzen, wie Facebook, Twitter, etc. Und natürlich Messenger, wie Skype, ICQ, MSN. Und ihr könnt natürlich auch Personen direkt ansprechen. Familie, Freunde, könnt ihr euch an der Schule erzählen. Also bei der Anmelde müsst ihr auch kein Geburtsdatum angeben. Das ist auch ganz gut. Ja, ihr könnt auch dieses Video remixen. Deswegen mache ich dieses Video auch. Damit ihr, ja, wenn ihr einen YouTube-Account habt, ihr einfach dieses Video remixen könnt. Das könnt ihr unten in der Beschreibung, da steht Remix dieses Video erstellen. Denn veröffentlicht ihr es einfach, macht einen neuen Videotitel und, ja, könnt dann einfach alles kopieren. Ist mir egal. Hauptsache, das Video bleibt so, wie es ist. Und ihr könnt dann halt euren Refling reinhauen. Da unten in die Beschreibung darfst du, ist es ja da. Falls ihr das Video schon auf einem anderen Kanal guckt, dann findet ihr das Original auf youtube.com slash franzearnsmoney. Und da könnt ihr das Ganze einfach machen. Nochmal ein Beispiel und zwar ein Einkommensbeispiel. Einkommensbeispiel sagen wir, 50% der Einnahmen von WhatsApp sind 10 Millionen Dollar. Das ist ja nicht unrealistisch, wenn man bedenkt, wie viel Google so verdient. Dieses teilen wir jetzt nun, wie gesagt, durch den Dollar-Faktor aller User insgesamt auf der Webseite. Das ist jetzt bloß ein Beispiel. Beispiel 8 Millionen ist der Dollar-Faktor. In diesem Beispiel mal unseren Dollar-Faktor. Ich habe den jetzt ziemlich klein gewählt, 135, wenn man bedenkt, wenn man jetzt zum Beispiel bloß, wenn man 10 User wirbt oder so. Das ist, denke ich mal, für jeden machbar. Und jeder dieser User wirbt nochmal ein paar andere, dann hat man schnell 135 zusammen. Er gibt monatlich 168,75 Dollar für ein bisschen Arbeit. Und das ist, wie gesagt, bei so einem kleinen Beispiel, also bei so einem niedrigen Dollar-Faktor eigentlich schon beachtlich. Weil ihr müsst mal überlegen, ihr bekommt das Monat für Monat im Prinzip euer Leben lang ausgezahlt. Ob es wirklich fürs Leben lang gilt, das weiß natürlich keiner. Auf jeden Fall ist es erstmal ausgelegt auf euer Leben lang. Das heißt, ihr müsst schnell sein, möglichst viele User erwerben und euch ein Einkommen aufbauen, was ihr bestimmt später gebrauchen könnt. Warum solltest du WhatsApp nutzen? Es ist und bleibt kostenlos. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ihr müsst nichts investieren. Ihr müsst nicht irgendwie Leute dazu bringen, Angebote wahrzunehmen oder so. Diese Leute müssen sich einfach anmelden. Ja, ihr braucht keine Angaben von persönlichen Daten zu machen. Das heißt, es wird abgefragt. Bei der Anmeldung wird euer Vor-, Nachname-, Username-, E-Mail-Adresse- und Passwort- und Captcha- müsst ihr eingeben. Mehr ist das nicht. Und achso, und euer Land, das ist es auch noch. Aber trotzdem, ihr müsst keine Adresse, keine Zahlungsinformation oder, weiß ich nicht, Ausweisnummer oder sonstiges machen. Das ist wirklich super, wie ich finde. Es ist einfach und effektiv. Das stimmt, da kann man nichts dran ändern. Und jeder gewinnt. Das ist wirklich so. Jeder kann nur gewinnen. Jeder, der sich anmeldet, hat die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und jeder, der sich anmeldet, kennt eine tolle Website, die später wahrscheinlich sehr, sehr erfolgreich wird. Ja, das war es eigentlich schon. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne diese unter diesem Video posten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Der Link zur Anmeldung ist unten in der Beschreibung. Ich freue mich, dass ihr dieses Video bis zum Ende geguckt habt. Und ja, ansonsten bleibt so wie ihr seid. Euer Franz. Ich verabschiede mich und haut rein. Tschüss.